Der Schatten in der Kunstgeschichte Der Schlagschatten ist der simple Titel dieser humorvollen Karikatur des Franzosen Granville. Vier Männer werfen Schatten an die Wand, die zwar vom Umriss her der Realität entsprechen, diese aber dennoch in keinster Weise widerspiegeln. Würden wir, wie bei Platons Höhlen-Gleichnis, die Schatten für die Wahrheit halten, würden wir den ersten füttern, den zweiten schlachten und vor dem dritten ängstlich davonlaufen. Und es wird deutlich, was mit Schlagschatten eigentlich gemeint ist. Ein durch intensive Beleuchtung eines Gegenstandes gebildeter und deutlich abgegrenzter Umriss. Dieser findet sich ab dem 15. Jahrhundert in der bildenden Kunst und wurde überwiegend angewendet, um Bildgegenständen Natürlichkeit zu verleihen und deren Existenz zu unterstreichen. Doch in jeder darauf folgenden Epoche wurden ihm zusätzlich ganz eigene Inhalte zugesprochen. In der griechischen Mythologie wurde der Schatten zu einem Sinnbild verlorener Seelen und Gespenster. In der Vorstellung des alten Hellas hatte der Fährmann Charon die Aufgabe, die Toten von der Oberwelt über den Stücks in das Reich des Totengottes Hades zu befördern. Um die Überfahrt bezahlen zu können, musste den Verstorbenen eine Geldmünze, der sogenannte Obolus, unter die Zunge gelegt werden. Tote, denen diese Münze nicht mitgegeben wurde, waren dazu verdammt, die Ewigkeit als Schatten in der Zwischenwelt zu verbringen. Michelangelo stellte im jüngsten Gericht einem Fresko an der Altarwand der Sixtinischen Kapelle in Rom aus dem 16. Jahrhundert ausschnitthaft diese Thematik dar. Die Unbestechlichkeit und Unbarmherzigkeit des Fährmannes links werden durch seine erhabene Position im Bildaufbau, seinen teuflischen Blick und die prügelnde Geste unterstrichen. Die Panik und Verzweiflung der Verdammten drücken sich durch den dynamischen Tumult aus, der sich bei der Flucht vor Charon ergibt. Besonders sticht der verzweifelte Gesichtsausdruck des im Boot positionierten Toten hervor, dessen weit aufgerissene Augen und die schützende Geste seiner Hand den Betrachter in das Geschehen hineinziehen. Vermutlich geht aus dieser mythologischen Begebenheit die Redensart hervor, jemand würde ein Schattendasein führen oder die Schattenseiten des Lebens kennenlernen. Der Einsatz von Schatten in der Kunst beschränkte sich im Laufe der Jahrhunderte fast ausschließlich auf Europa. Im Mittelalter wurde der meist religiöse Tenor in der bildenden Kunst durch die Annahme bestimmt, Körper würden wie durch ein göttliches Licht von innen leuchten. Wichtig war es, dass nie die heiligen Figuren selbst vom Schatten überdeckt wurden, auch wenn es die Bildordnung verlangt hätte. Die Geburt Christi, die der Italiener Gentile da Fabriano 1423 seinem Altarbild über die Anbetung der heiligen drei Könige hinzufügte, zeichnet sich durch einen solch symbolischen Wechsel von Licht und Schatten aus. Maria mit dem Kinde, die sich in der Geborgenheit einer Felswand wiederfindet, bildet das zentrale Bildelement. Verstärkt wird die heilige Aura der Protagonistin durch ihre helle Farbgebung, die der Fabriano gleichsam aus dem abgedunkelten Felsengrund heraus modelliert. Links im Bild sieht man die Mägde der Stallbesitzer. Auffallend ist der schwarze Umhang der vorderen Figur, der den dunkelsten Bereich im Bild ausmacht. Vielleicht will sie sich mit der Hinwendung zu Jesus von ihren Sünden befreien? Auf dem düsteren Bildgrund nimmt der Betrachter zudem den leuchtenden Engel im Hintergrund in den Fokus, der den Hirten die Botschaft verkündet, dass der Heiland geboren wurde. Einen wichtigen Schritt für die Etablierung des Schattens in der bildenden Kunst ging der Italiener Massaggio 1425, in dem durch sein Werk Schattenheilung des Petrus wohl erstmals ein Bildthema gänzlich dem Schatten gewidmet wurde. Die städtische Kulisse zeigt einen Palazzo, vor dem vier Kranke durch Petrus geheilt werden. Interessant ist die Haltung der Figuren, da die hinteren, bereits geheilten, sich aufgerichtet haben, während der vordere, lahme, mit verrenkten, dünnen Beinen und geschwollenen Knien erst im Begriff ist, geheilt zu werden und noch gekrümmt auf dem Boden liegt. Die unterschiedlichen Stadien des Heilprozesses werden durch diese verschiedenen Körperhaltungen deutlich. Petrus schreitet nur die enge Gasse entlang. Allein die Berührung seines Schattens, der in diesem Moment auf den Krüppel am Boden fällt, bringt die Krankheiten zum Verschwinden. Die geschickte Verwendung von Licht und Schatten hatte in der Renaissance dabei nicht ausschließlich einen religiösen Hintergrund. Mit immer größer werdendem Interesse setzten sich Maler seit dem 15. Jahrhundert mit der Perspektive auseinander, nachdem der Bildaufbau bis ins Mittelalter schematisch geblieben war und Bildmotive ohne Tiefenraum abgebildet wurden. Meisterhaft wurde der Schatten beispielsweise von Jan van Eyck eingesetzt, der seinem Diptychon der Verkündigung, welches zwischen 1433 und 1435 entstand, durch den virtuosen Einsatz von Schattennuancen einen Trompe-Leu-Charakter verlieh. Trompe-Leu, welches uns in französischer Sprache die Täuschung des Auges umschreibt, wurde durch die experimentelle Beschäftigung mit der Perspektive und den geschickten Einsatz von Helligkeitsabstufungen zum interessanten Täuschungsmanöver der Renaissance-Maler. Van Eyck modellierte mit Ölfarbe auf Holz die Verkündigung der Geburt Jesu durch den Erzengel Gabriel an Maria. Beide Figuren wirken auf den Betrachter durch die meisterhafte Verwendung von Licht und Schatten wie steinerne Plastiken, die in Nischen eingelassen sind. Besonders wird diese Täuschung durch Gabriels Flügel, der sich mit dem äußeren Rahmen überschneidet und durch die hervortretende Maria unterstrichen. Die endgültige Etablierung des Schattens in der bildenden Kunst wurde schließlich im Barock erreicht. Ausgehend von Caravaggio setzte sich der sogenannte Chiaroscuro-Stil, in Frankreich besser bekannt unter Cléobscure, durch, der eine meisterhafte Modulation der Bildelemente durch feinste Nuancierungen der Hell-Dunkel-Werte bezeichnete. Bedeutsam wurde hierbei vor allem das sogenannte Kellerlicht, das durch eine extreme Beleuchtung von unten durch gigantische Schlagschatten eine düstere, mystische Atmosphäre schuf und Objekte aus einer extremen Dunkelheit herausmodellierte. Meisterhaft setzte Caravaggio diesen Stil beispielsweise in seinem Werk »David mit dem Haupt Goliaths« der Jahre 1606 bis 1607 ein. Die Abbildung geht auf das Alte Testament zurück, in der David, der zukünftige König von Israel, im Vertrauen auf Gottes Hilfe, Goliath, einen riesigen Krieger der feindlichen Philister bezwingen kann. Caravaggio gelingt es, den Blick des Betrachters durch den gezielten Einsatz von hellen Farben vor dem düsteren Hintergrund auf den triumphierenden David und sein Schwert sowie auf den abgetrennten Kopf Goliaths zu fokussieren. Es ist eindeutig, dass die schemenhaften Elemente im Hintergrund für den Maler weiterhin keine inhaltliche Rolle spielten. Noch heute findet die biblische Geschichte Verwendung, wenn bei der Gegenüberstellung zweier sehr ungleicher Gegner von einem Kampf zwischen David und Goliath gesprochen wird. Im Barockzeitalter erhob sich der Schatten zum Katalysator von Prunk und Heiligkeit. Maßgeblich für die Schattendarstellung in der barocken Malerei wurde in diesem Sinne auch, dass sich die Künstler erstmals nicht mehr nur von natürlichen, sondern vor allem durch künstliche Lichtquellen inspiriert sahen. Georges de Latour beispielsweise wurde bekannt durch die Verwendung von Kerzenlicht als wichtiges Element seiner Bildmotive, welche ansonsten in dunklen Nuancen gehalten waren. 1642 stellte er auf diese Weise den heiligen Josef dar, der der biblischen Erzählung zufolge als Zimmermann tätig war und traditionell als Patron der Arbeiter gilt. De Latour gelang es, in seinen Nachtstücken durch den minimalen Einsatz von Helligkeit eine mystische Atmosphäre zu kreieren und auf diese Weise eine Brücke zwischen sakraler Motivik und profaner Bilddarstellung zu schlagen. Unterstrichen wird dieser irdische Charakter durch die gebückte Haltung Josefs, der in einfacher Kleidung und mit hochgekrempelten Ärmeln seiner Arbeit nachgeht. Die extreme Helligkeit des Kindes, welches Josef durch das Halten der Kerze Licht spendet, lässt dieses als den eigentlichen heiligen Protagonisten erscheinen. Eine besondere Rolle nahm der Schatten schließlich im romantischen Zeitalter ein. In der Literatur wird zumeist die mythologische Ansicht aufgegriffen, dass der Schatten in einer engen Verbindung zur Seele steht und sein Verlust somit auf eine Abwesenheit des wichtigsten Merkmals von Menschlichkeit und auf Verdammnis hinweist. In der Kunst wird der Schatten in diesem Sinne oft verwendet, um auf Abgründe der Seele hinzuweisen. Dem Schatten wird ein Eigenleben zugesprochen, das als abgründiges alter Ego des Protagonisten fungiert. Der große Schatten von Heinrich Wilhelm Tischbein aus dem Jahr 1805 zeichnet diesen Inhalt nach. Tischbein, den Schopenhauer als »philosophischen Maler« oder »malenden Philosophen« beschrieb, stellt im rechten Bildrand eine Figur in einfacher Kleidung dar, die sich mit nachdenklicher, wenn nicht gar verzweifelter Geste den Kopf stützt. Im ansonsten düsteren, beinahe quadratisch geschnittenen Raum, der sich dem Betrachter in der Zentralperspektive darstellt, ist der Protagonist vor der einzigen Lichtquelle platziert, die Tischbein durch eine besonders helle Farbgebung unterstreicht. Die Figur wirft hierdurch einen extremen Schlagschatten, der sich in übertriebener Weise zunächst nach links und schließlich wieder in umgekehrte Richtung über die Decke zurück zur Person ausbreitet. Der Schatten wird hier in negativer Überhöhung eingesetzt. Um eine mystische Atmosphäre zu kreieren, verdeutlichen verzerrte oder vergrößerte Schlagschatten schließlich die düstere Seite der Seele sowie dämonisches oder okkultes Ideengut. Der Schatten kann hier weiterhin als Projektion von Träumen und Vorstellungen angesehen werden, die der nachdenklichen Figur entspringen. Der Einsatz des Schlagschattens entgegen jedweder optischer Gesetze dient zudem der Irritation des Rezipienten und als Verweis auf die Irrealität eines Bildthemas. Oftmals hat der Schatten in dieser Form eine versteckte Bedeutung und verweist auf verborgene, vergangene oder künftige Ereignisse, die die Fantasie des Betrachters anregen. Der Zusammenhang zwischen dem menschlichen Schatten und der Persönlichkeit wurde Ende des 18. Jahrhunderts durch Johann Caspar Lafata als umstrittener Vertreter der Physiognomik ergründet. Durch seine Schriften anhand derer von Gesichtszügen und Körperformen eines Menschen auf dessen Charakter zu schließen sein sollten, hatte er großen Anteil an der Etablierung des Schattenrisses in der bildenden Kunst der damaligen Zeit. Die Silhouette, die zunächst durch das Nachzeichnen eines auf Transparentpapier projizierten Schattens entstand, wurde zur Zeit der Aufklärung vor allem in Frankreich eine solche Modeerscheinung, dass man dort von einer regelrechten Ombremanie sprach. Der Scherenschnitt kam also zu einer Zeit auf, in der man der Sinnlichkeit und Körperlichkeit des Barock mit seiner bunten Vielgestaltigkeit ein scharfes, schwarz-weißes, aber genau identifizierbares Abbild entgegensetzen wollte. Schnell entwickelte sich aus dem Handwerk ein eigenständiger Industriezweig, der, die im Gegensatz zum Ölgemälde einfache, kostengünstige sowie schnellere Reproduktion von Porträts gewährleisten konnte und in Armen wie in reichen Haushalten Verwendung fand. Neben bedeutenden Arbeiten von Jean Huber, Philipp Otto Runge oder Adolf von Menzel etablierte sich vor allem die deutsche Scherenschnittkünstlerin Luise Duttenhofer, die als Mitglied des Bildungsbürgertums viele Kontakte zu prominenten Dichtern und Künstlern pflegte und diese in meisterhafter Perfektion in der Silhouette abbildete. Das humoristische Familienbild zeigt im linken Bildrand Duttenhofers Mann Christian, der auf einer Schnecke reitet und einen Faun skizziert, der mit einem jungen Mädchen auf den Fühlern der Schnecke herumtanzt. Daneben schließt sich Amor mit seinem Pfeil an, der vermutlich die Liebe des Paares symbolisiert. Es folgen eine Katze und ein Narr, bevor die Tochter Marie mit einem Blumenkorb auf dem Kopf im Bildzentrum steht. Ein fliegender Putto wendet sich den beiden Söhnen Fritz und Anton zu, die gemeinsam auf einem Schaukelpferd sitzen. Luise Duttenhofer stellt sich im rechten Bildrand selbst mit der Schere, dem Attribut ihrer Kunst dar und zügelt das Schaukelpferd. Die heitere Darstellung lässt den Rückschluss auf einen humorvollen und glücklichen Umgang der Mitglieder untereinander zu. Die Darstellung als Silhouette ermöglicht es dem Betrachter, eigene Attribute in die Motive hineinzudenken und sich gegebenenfalls selbst im Bild zu erkennen. Die Themen der Schattenbilder drehten sich verstärkt um Traum und Albtraum und setzten sich unter anderem mit der Ende des 19. Jahrhunderts durch Sigmund Freud etablierten Psychoanalyse auseinander. Eine besonders düstere Darstellung des Sündenfalls bildete Franz von Stuck 1893 ab. Eva, die von einer riesigen Schlange als personifizierte Sünde umschlungen wird, ist dabei in beinahe völlige Dunkelheit gehüllt. Ihr nackter Körper sticht dem Betrachter durch die helle Farbgebung sofort ins Auge. Von Stuck scheint die biblische Erzählung ad absurdum zu führen, indem er nicht die negativ behaftete Schlange, sondern den erotisch geschwungenen Leib von Eva herausstellt. Ein großer Liebhaber des düsteren Sujets war ebenso Arnold Beklin. Von seinem bekanntesten Werk Der Toteninsel malte er zwischen 1880 und 1886 insgesamt fünf Versionen. Jedes Werk wird dabei von einer riesigen Felsinsel bestimmt, die aus dem Meer herausragt und im Zentrum von Trauerzypressen in weitgehend schwarzer Farbgebung dominiert wird. Der wolkenverhangene graue Himmel deutet auf ein heranziehendes Unwetter hin. Die schattige Darstellung wird einzig durch eine schneeweiß verhüllte Gestalt durchbrochen, die auf einem Kahn, auf dem sich ein Sarg befindet, auf die Insel zusteuert. Der Schatten unterstützt die Trauerstimmung und dient Beklin zur Hervorhebung des heiligen Akts des Begräbnisses und fördert eine beinahe andächtige Stille. Parallel zu dem symbolträchtigen Einsatz von Schatten entwickelte sich im ausgehenden 19. Jahrhundert ein eher atmosphärischer Gebrauch des Schattens in der Malerei des Impressionismus. Künstler setzten den sogenannten Verankerungsschatten ein, um Gegenstände zu erden und einen Beweis für deren Existenz zu erbringen. Schatten wurden verstärkt eingesetzt, um Hinweise auf Tageszeiten zu geben und eine Brücke zwischen dem Bild und dem Betrachter, zwischen Fiktion und Realität zu schaffen. Wie in einer fotografischen Momentaufnahme ist der Schatten dadurch imstande, Aufschluss über die Tageszeit, den Standort der Lichtquelle oder die allgemeine Beleuchtungssituation zu geben. So verrät nicht nur der Zusatztitel zum 1890 bis 1991 entstandenen Werk von Claude Monet, dass die zwei dargestellten Strohschober zur glühenden Mittagszeit festgehalten wurden. Auch der extreme, klar abgegrenzte Schlagschatten verdeutlicht dem Rezipienten die Tageszeit, obgleich die Farbgebung auch auf die Abendstunden hinweisen könnte. Wohl wissend allerdings, dass sich hierbei ein weitaus längerer Schatten abzeichnen würde, fügt sich der Betrachter dem Titel und erfreut sich an der warmen, sommerlichen Stimmung der idyllischen Feldlandschaft. Deutlich wird auch, dass der Schatten hier nicht mehr getrennt vom Hauptobjekt zu sehen ist, sondern dass dieser unabdingbar ist, um auf bestimmte Eigenschaften oder Stimmungen zu verweisen. Nicht länger finden wir hier einen schwarzen, klar umrissenen Schatten vor. Vielmehr bleibt Monet im gleichen Farbspektrum und verbindet Objekt und Schatten kompositorisch zu einer homogenen Einheit. Man begegnete in dieser Zeit auch zunehmend Arbeiten, in denen die Herkunft von Schatten ungeklärt blieb und die den Rezipienten zur Spurensuche animierten. So bleibt in Monets Werk Der Spaziergang von 1875 zunächst ungeklärt, ob der Schatten im Vordergrund durch Camille Monet geworfen wird, die in der klassischen Dreieckskomposition die Bildmitte bestimmt. Da sie ihren Sonnenschirm in die linke Bildhälfte, also vermutlich der Sonne entgegenhält und sich der so entstehende Schatten auf ihrem Gesicht abzeichnet, erkennt der Betrachter allerdings, dass es den optischen Gesetzen widerspräche, einen linksseitigen Schatten zu werfen. Das Werk bildet also geschickt die Werkspuren der Freilichtmalerei ab, in dem Monet seinen eigenen Schatten abzubilden scheint. Die Brücke zum Betrachter schlägt vor allem der Sohn Jean, der im Hintergrund gebannt den Rezipienten fixiert. Dieser wird hierdurch zusätzlich eingeladen, seinen eigenen Schatten im Bild zu sehen und zu einem Teil des impressionistischen Meisterwerks zu werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Facherin Ü razier living borste haar número werks zu betrachter er erf som Thanksgiving 首 ash H 月 dicht com spont